So, damit wäre das auch erledigt. Dann gucken wir noch gerade, dass wir mal Stuff verkaufen, bevor wir auf die nächste Mission gehen, sonst ist nämlich bald unser Inventar voll, glaube ich. So, brauchen wir nicht. Kein vergleichbarer... Ach, das ist für Tags, Leute, ne? Dann ist das ja echt was für Tali. Oder Geras. Ich würde eher sagen Tali. So, was haben wir hier alles? Ah, so viel ist das gar nicht. Oh, ich weiß. Ich weiß, dass wir hier drin sind. Ich weiß nicht, dass wir hier drin sind. Oh, ich weiß nicht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aber gut, ich glaube, die Norman, die hat gar keine Sichtfenster vorne, oder? Nee, hat sie gar nicht. Okay. Wohl doch. Hier an der Seite. Sieht zumindest so aus. Ich finde das ein bisschen komisch, wenn ich gar nichts sehen würde. Ich glaube, ich nehme statt erstmal Liara mit. Daher ist. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. XO Presley has the deck. Wir sehen dein Schiff, Fai-Dan möchte dich direkt mit dir sprechen. Wer ist Fai-Dan? Er ist unser Leiter. Er braucht deine Hilfe, um zu vorbereiten für die Geth. Sie machen eine andere Bewegung. Bitte, auf die Städte, über die Freiter. Schau! Woah. Ich glaube nicht, dass wir den retten konnten. Ich bin Müll. Ich bin Müll. Ich bin Müll. Ich bin Müll. Das können wir mal gerade hacken. Keiner fragt sich, wer ich bin. Wir haben Geth in der Tauern. Protekt das Herz der Kolonie! So. Ich will nicht sterben. Bitte, nicht zu mir sterben! Ich kann auch eine Fähigkeit gleichzeitig, ne? 3000 Credits allein dafür? Bist du abgehauen, oder was? So sind hier noch mehr? Ich glaube nicht, ne? Sonst könnte ich rennen. Da waren gerade Feinde, aber... Das hier ist nicht... Ja, das ist eigentlich nicht mehr der Turm. Okay, ist gut. Ja, wenn der Großteil Zivilisten ist, dann ist das echt beeindruckend. Hat ja gesehen, was auf Eden Prime los war. Backyard. Ich bin dran. Stopp. So. Inлена? So. Gut, ich weiß nicht, wer dich zur Teamleiterin ernannt hat, aber ich höre einfach mal auf dich. Ähm, hier geht's dran. Ich bin froh, Herr Kommander. Ich bin froh, dass deine Kolonie sicher ist. Ich mag deine Angst, und deine Erfahrungen gegen die Geth. Sie vielleicht haben sich geflogen, aber sie werden wieder zurück. Sie werden immer wieder zurück. Ich helfe mich, was die Geth sind, und alle werden hier rausgekommen. Wir wissen nicht, was sie sind. Sie kamen, sie attacken uns, das ist alles, was wir wissen. Der Hauptbahnhof ist in der Exogeni Headquarters. Ein guter Ort, um zu schauen, wenn du Antworten möchtest. Wie komme ich da hin? Der Skyway führt direkt zur Exogeni Headquarters. Du kannst es nicht missen. Natürlich gibt es eine Armee von Geth, zwischen hier und dort. Ich habe nicht erwartet, dass es leicht wäre. Dann kann ich vielleicht diesen Kolon, die Operation, wieder. Wir gehen dann. Glückwunsch, Commander. Ah, okay, es gibt einen Aufzug hier. Warum ich in so einer Situation einen Aufzug benutzen möchte, weiß ich aber nicht. Weil so einen Aufzug, wenn du da drin bist, den kann man abstürzen lassen oder sowas. So hätten alle, eigentlich fast alle Aufzug dieses Spiel sein müssen. Ich meine, die auf der Sitter, da wird ein bisschen geredet auch. Aber man hat nur die Aussicht. Aber hier, oder auf Novaria, oder sonst wo. Also... Es ist einfach nur der Krieg. Es ist ein Moment. Es ist immer noch ein Ende. Es ist nur noch ein paar Tage. Sie ist meine Tochter. Ich werde so lange, wie ich muss. Das war's. Ja, wir sind doch direkt daneben. Ich kann uns doch direkt mal mitnehmen. Das war's. Ich habe gesagt, sie waren wahrscheinlich alle tot. Sie sind überleben, aber die Geth haben wirklich hart. Wir wissen, was das ist. Die Synthetik sind gar nicht wahr. Ich mache was, was ich kann, um sie wegzunehmen. Aber ich brauche ein paar Informationen. Welche Informationen? Ich weiß nicht. Die Geth sind in den Exogeny-Headquarters. Ein bisschen weiter über die Sky-Way. Die Geth sind private property, Soldat. Wir entfernen die Geth und nichts anderes. Ach, halt doch. Ich bin nicht interessiert in deiner Firma-Segreten. Kommander, bevor du gehst. Meine Daughter, Lisbeth. Sie ist weg. Aber sie sollten nicht wackeln, Zeit rumzuladen. Wir können eine richtige Erkrankung von unseren Kasualitäten nach der Geth erging. Das ist meine Daughter, die du sprachst. Sie ist immer noch alive. Ich weiß es. Also, dieses Licht im Hintergrund sieht schön verbuggt aus. Wo ist deine Daughter, Juliana? Sie arbeitete in dem Exogeny-Bilding, als die Attacken kamen. Oh, ja. Es gab mehrere Plätze, die sie schlagen. Für eine kurze Zeit. Dieser Typ. Vor allem, da stand gerade, halten sie die Klappe. Dann wähle ich das aus und dann sagt er nur... Ja, seine Firmen gehypen ist. Das ist mir egal. What the fuck? Ich hab da jetzt voll die Renegade-Antwort erwartet. Wenn sie da ist, werde ich sie rauskommen. Danke, Commander. Danke. Bleib unterbrochen, bis ich weiß, was die Geth sind. Natürlich. Und bitte erinnern Sie sich, wenn Sie meine Daughter sehen. Woa, 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 woa. Geht doch. Ich dachte schon. Geht doch. Ich dachte schon. Da sollte man vielleicht zurückfahren gerade. Da wird ein Gegner angezeigt, der nicht da ist. Geht doch. Geht doch nicht. Ja. Komm schon. Wir können ja auch mal gerade Liara skillen. Wir können ja auch mal wiederholen. 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 What the f... Achso, das sind Lichtreflexionen vom... ...dem Feuer und dem Wasser. Okay. 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 Das ist dann Windows in der Zukunft. So, Liara. Okay. 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 Okay.